Okay, dann müssen wir hier nur noch erfolgreich raufkommen. Huge success in der Hinsicht. Hätte ich jetzt schon fast schwer Lust, noch eine Portille zu spielen. Insbesondere auch, weil wir hier Kuchen geknabbert haben. The Kekesel. So, ich weiß ja nicht, 10 Blöcke, könnte knapp werden, könnten auch 9 sein. Na, okay, oder halt auch 12. Unfair, so kurz vorm Ziel. Komm, dann machen wir das. Irgendwann müssen wir damit ja auch mal fertig werden. Sieht schon schön aus. Jetzt müssen wir noch immer ein paar Blümchen eingesammelt. Die machen sich da, glaube ich, machen sich da gut. Wenn sie die Ecke zieren. Moment, der müsste da sein. Dann mache ich jetzt unendlich Wasser. Was ich alles kann. Und er schuf unendliches Wasser. Ja, das ist, glaube ich, überall unendlich. Äh, abgesehen von in der Mitte. Sehr merkwürdig. Komisches Verhalten, was das Wasser manchmal zeigt. Ich habe doch gar nicht drum gebeten, dass du da so Unfug anstellst. So, dann müsste ja, wenn ich da oben mal in den Ring kippe, dann fehlt noch einer. Dann haben wir da auch nur eine unendliche Quelle. Also mit, mit Wasserleitung an sich. Das ist natürlich totaler Käse. Denn hier wird nichts transportiert, wenn wir das erstmal ausgefüllt haben. Das ist die, der einfach nur, ja, der Ästhetik. Das, falls sich mal jemand nach oben verirrt, das dann feststellt, ach Mensch. Der Typ hat nicht einfach nur da unten so ein paar Blöckchen hingesetzt, sondern das hat auch einen Sinn. Ja gut, und jetzt, hä? Wasser. Wasser böse, Wasser nass. Wir könnten, ach, das ist eine tolle Idee. Wie ich schon immer selbst feststelle, was eine tolle Idee ist und was nicht. Macht der Gewohnheit. Wir beehren Hundi einfach mal hier. Mit unserer Anwesenheit. Und erzeugen einen zweiten kleinen künstlichen Teich. Ja, schon wieder symmetrisch. Ja, schon wieder symmetrisch. Das will ich doch gar nicht immer. Symmetrie ist nicht alles. Symmetrie ist manchmal ganz hübsch. Aber immer alles symmetrisch. Das ist ja auf Dauer auch langweilig. Gut, also Wasser, wie immer, müssen wir verfolgen, wo wir das langen. Das Wasser würde jetzt natürlich hier lang düsen, links. Das finde ich doof. Also lassen wir es hier noch ein Meterchen. Haben wir zufällig noch? Ja, komm, dann nehmen wir wieder die Jungs hier. Ausdecken, glaube ich, auch weg. Gut, Wasser, was macht das hier? Immer noch Unfug. So, jetzt, was würde es jetzt machen? Jetzt würde es halt, ne, wieder Unfug machen. Immer macht es Unfug. Also brauchen wir dringend noch einen Klotz, irgendwas. Weiß auch nicht, ist ja so ein bisschen zweckmäßig, ne? So, was macht das Wasser jetzt? Jetzt kann das eigentlich nichts Böses mehr machen. Wird dann hier halt einfach reinfließen. Höchstwahrscheinlich würde es das sogar So, jetzt würde es hübsch reinfließen, soweit ich weiß. Probieren wir mal aus, ob das so klappt. Ich mag es zwar sehr gerne, ein bisschen mit Theorien rumzuspielen, ne? Wie könnte es klappen? Wie könnte es schön aussehen? Aber es dann letztendlich auszuprobieren, ist dann ja noch was ganz anderes. So, wo ist der jetzt hin? In der, in der Ecke müsste er sein. Dann müsste ja der Kniff hier unendlich Wasser erzeugen und fertig ist der Mini-Teich. Aber ich glaube, der ist schon ganz schön mini, ne? Da können wir uns nochmal ein paar Blöckchen kommen. Wir haben es ja. Ja, ich glaube, das kann man so anbieten. Und dann fließt auf beiden Seiten Wasser runter. So, als man könnte sich ja vorstellen, dass die Leitung so, ja, diverse Kilometer in die Richtung ging und in die Richtung und das ist halt nur noch so ein Überbleibsel. Und dann wäre natürlich cool gewesen, wenn wir, ähm, was ist das denn? Ach, das Victor Herbert Orchestra. Die 1909er Version Venetian Love Song heißt das Ding. Und ich habe das Gefühl, das wurde wirklich 1909 aufgenommen. So wie das klingt. Ei, 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 ei. Ewigkeiten her. Aber ganz schön anzuhören, wie ich finde. Drei Blumen sind es noch, die wir haben. Hier sind eigentlich genug Rosen. Aber wir müssen auch dringend Orchideen von der anderen Seite mitbringen, die dann hier irgendwo eingepflanzt werden. Blumenbeete können wir machen. Oh, wir können so viel machen. So. Sehr schön. Moment, noch kurz ein malerisches Foto mit dem Wasser von Hundi. Einfach nur so spaßeshalber. Ach ja, schön. Ich glaube, das kann man so anbieten. Und ich glaube, ich werde mich dann langsam hier verdrücken. Es geht also im Anschluss direkt weiter mit der nächsten Aufnahme oder vielleicht auch mit der nächsten Folge, je nachdem, wie das gerade hinkommt. Auf jeden Fall erst mal an dieser Stelle ein herzliches Danke für eure Aufmerksamkeit. Und bis demnächst. Tschüss. Herzlich Willkommen zurück zum Minecraft. Es ist schon wieder Ewigkeiten her, dass ich das letzte Mal gezockt habe. Und aus diesem Grunde dachte ich mir, ach komm, es kann auch mal ein bisschen was Neues her. Wir hatten die Pixelchen schon seit, ne, seit ich schon eine Riesenpause gemacht hatte. Also ich hatte ja quasi den, ich glaube den ganzen Winter über kein Minecraft gespielt. Und auch sonst eigentlich sehr wenig aufgenommen. Höchstens ein bisschen Crisis und so weiter. Naja, auf jeden Fall sind die ganzen Blöckchen jetzt ein wenig feiner. Ich habe ein bisschen mit den Texturenpaketen rumgespielt. Und zwar ist das im Wesentlichen, ach wie hieß das denn nochmal? Das können wir uns ja gerade mal angucken. Moment. Ressourcenpakete. Ich habe das Fable of Glory, da habe ich wieder die, die Rohstoffe, also die ganzen Erze habe ich daher. Das Norte Texturenpaket, da ist das meiste raus. Und Sachen, die da nicht drin sind, wiederum übernimmt das Faithful. Und ich glaube, die Wassertextur ist vom Default. Dann hatte ich noch ein bisschen mit anderen Wasserdingern rumgespielt, aber das wollte nicht so, wollte nicht so hübsch aussehen und gefiel mir dann auch nicht so gut. Insofern habe ich es dann gelassen. Na gut. In der letzten Aufnahme haben wir uns ein wenig um dieses Aquädukt da hinten gekümmert. Das würde ich in dieser Aufnahme gerne weiterführen und ich habe auch noch so ein paar andere Sachen vor, die wir dann auch in Angriff nehmen können und auch natürlich müssen. Weil ich mir sie ja schon vorgenommen habe und dann kann ich nicht einfach sagen, nee, Mama, das ist gar nicht, nie und nimmer und überhaupt. Ihr habt es da auch noch gut, ne? Wir hatten doch mal, soweit ich weiß, drei Hundi, so, ne? Dann wäre jetzt ja die glorreiche Frage, wo ist Hundi Nummer drei hin? Vor der Tür? Nee, den hat wohl wahrscheinlich auch nicht vor die Tür geschickt. Er war doch ganz artig. Da hinten ist eine Kuh. Das Gras sieht jetzt auch einen Ticken anders aus und wir müssen schnell schlummern gehen, weil sonst die bösen Männer kommen und uns hauen wollen. Dann wollen die uns nämlich in den Kopf hauen und so brutzeln die denn da erstmal draußen. Bevor ich rausgehe, erstmal was essen. So, kurz schauen, ob da jemand guckt und falls nicht, dann holen wir uns den klein. So. Kurz beobachten, ob da nicht doch noch irgendwo jemand Fieses ist, aber hier sind nur ein paar Spinnis. Die wollen uns ja gar nichts Böses. Ich finde, das Gras sieht schön aus. Na gut, man könnte jetzt sagen, ich habe es mir auch deswegen ausgesucht. Und auch das Getreide sieht ganz hübsch aus. Insofern können wir da auch wohl ein bisschen was mitnehmen. Tür hatte ich. Ah, die ist noch offen. Nein, 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 nein. Wie böse. Okay, hier sind auch noch ein paar Pfeile. Die müssen natürlich mit, weil wir ja noch nicht so den Nachschub haben. Ich habe vor kurzem erst gelesen, dass es wohl angedacht ist, dass Minecraft 1.8 erst, wir sind alle fertig, ne? Nur weil hier in der Mitte so ein dunklerer Streifen ist. Und dass die Minecraft 1.8 erst im Sommer rauskommen soll, weil die da wohl nichts überstürzen wollen. Naja, und insofern wirft das auch noch ein bisschen die Möglichkeit, dass wir mit Granit und so einem Diorit und so einem Andesit rumspielen können, ein wenig, äh, ein wenig zeitlich zurück. Sag mal, Emma. Meinst du, du bist hier? Achso, ha, Entschuldigung. Da kannst du ja gar nichts für, dann können wir das auch missbrauchen. Und Emma einfach anlocken, wenn sie denn mag. Nein? Du hast aber auch lustige Augen. Sag mal, Emma. Na da, hat er weise. Guck mal. Komm. Ja, fein. Komm, 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 komm. Gehen wir gleich zu deiner Freundin da drüben. Die halt zum Glück nicht da reingehüpft ist, aber ihr könnt da wahrscheinlich auch gar nichts für. Ihr seid einfach so extrem neugierig. Tja. Ah, und auch Spinny sieht er extrem lustig aus. Spinny, zeig mal kurz deine Augen. Spinny, Augen zeigen. Boah, ist das cool. Richtig finsterer. Wie fährt sie da? Acht, ne? Wobei hier denn, und das, das Auge hier? Okay, na gut. Sie weiß wahrscheinlich auch nicht, wo ihre Augen so sitzen. Na gut. Dann graben wir noch mal kurz den Rest hier ab, um es dann instantan wieder anzupflanzen. Auch den Acker finde ich echt hübsch in diesem Texturmodell. Und das soll auch ein Versuch sein, äh, Moment, ich muss mal kurz auf dem Ohr leiser machen. Das quäkt da doch alles extrem laut. Das soll ein Versuch sein, auch die Grafikqualität ein bisschen aufzupolieren. Denn auch wenn das im Default-Texturenpaket auf meinem Rechner klasse, aussehen. Äh, macht YouTube da doch irgendwie ganz schön Matsch draus. So ist mir dann das aufgefallen. Und, das ist nun ein kleiner Versuch, da ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Denn, die Theorie sagt, je detaillierter das Ausgangsmaterial ist, desto äh, weniger Unfug kann er da eigentlich machen. Und da man im Default-Texturenpaket ja immer riesige Klötze hat, ist das nun kein Wunder, dass er dann aus riesigen Klötzen noch größere Klötze und Matsch macht. Und, naja, es sieht dann letztendlich nicht viel besser aus. Tja. Ja, genau. Axt haben wir. Dann dauert das alles auch nicht so lange. Tja. Auch für, ja, für die Felder habe ich mir was ganz, ganz famoses überlegt. Ich hätte nämlich extrem gerne ein Gewächshaus. Und zwar, könnten wir kurz hinlatschen, bevor wir uns dann den extrem wichtigen Dingen des Lebens widmen. Jojo. Nein, ich hatte mir überlegt, wenn wir hier hinten ja schon Felder haben, könnte man auch in Erwägung zielen, hier ein Gewächshaus draus zu machen. Beispielsweise ein, so ein ganzes Feld eingekesselt in so ein Glas Bau Ding was auch mit dem Texturenpaket ein bisschen cooler aussieht, weil das so schwarze Ränder außen drum hat. Das fand ich sehr hübsch. Und dann könnte man auch in Erwägung ziehen, das mehr geschossig zu machen, also in die Tiefe zu graben. Aber dann müssen wir mal gucken, wie viel wir erstens brauchen, wie es zweitens gut aussieht und ob wir die Lust dazu haben. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ist ja nur ein Versuch. Und das Gute an Minecraft ist ja, wenn uns was stört, dann bauen wir es halt einfach wieder ab. Und das Gute »Kleise«. Und das Gute ges cứuert. »Kleise«. Marilyn »Kleise«. »Kleise«.